Wir sind da, Harry. Das ist das Penthouse von Marilyn Maus, dem weltberühmten Filmstar. Wir werden sie entführen. Oh ja, und das Studio bezahlt uns bestimmt das Lösegeld. Los, Harry. Schnapp sie dir. Hilfe, Polizei. Man will mich entführen. Hilfe. Miraculous, bitte kommen. Quark hat gerade Marilyn Maus gekidnappt. Oh je, wir müssen ihr sofort helfen. Miraculous, da vorne ist Quarkshubschrauber. Halt dich fest, Super. Wir nehmen die Verfolgung auf. Keine Angst, Marilyn. Wir kommen. Vorsicht, Super. Nicht so hastig. Wir haben sie gleich. Hilfe, rettet mich. Tut mir wein. Wir haben schon genug Passagiere. Oh oh, gut, dass ich meine Netzkont nicht vergessen habe. Oh, da ist mir aber mein Herz in die Hosen gerutscht. Danke, Miraculous. Mist, sie sind mir immer noch auf den Fersen. Das wird sich gleich ändern. Ich kann nichts mehr sehen. Jetzt sind sie uns doch noch entwischt. Oh oh, sieh doch mal da vorne, Super. Sie sind bei der alten Windmühle gelandet. Ihr habt kein Recht, mich hier festzuhalten. Kümmer dich um sie, Harry. Schon erledigt, Boss. So, Jungs, schlaft gut und träumt was Schönes. Harry, ich hab einen Plan. Hör zu, wir verstecken Marilyn Maus in der Mühle. Verstanden? Ja, gute Idee. Ich finde, die beiden machen sich gut da. Oh nein, das könnt ihr doch nicht machen, mein liebster Super. Na, Jungs, wie gefällt euch das Karussell? Mit meinem Hakenkult werde ich dem Spielchen ein Ende machen. Oh, Miraculous, du hast es wieder mal in letzter Minute geschafft. Schnell, Super, durch das Fenster. Boss, sieh mal. Nichts wie weg hier. Wir dürfen sie nicht wieder endlich lassen. Los, hinterher, Super. Super. Hast du schon den Stall da gesehen, Boss? Hey, das geht nicht. Hier ist ein Platz für dich. Oh, dieses Umleitungsschild bringt mich auf eine prima Idee. Jetzt werden sie in die falsche Richtung fahren. Oh, oh, der Flugzeischhalter funktioniert nicht. Halt dich gut fest, Super. Unser Katzenmobil ist kaputt. Und was nun? Komm, wir nehmen die Tresiden da. Nicht so schnell, nicht so schnell, Miraculous. Haha, sieht ganz so aus, als ob Miraculous jetzt am Ende ist. Also los Super, wir springen jetzt auf. Oh, mein Kopf. Ich sehe viele Sterne. Du meinst wohl Filmsternchen? Oh, bist du ein Held. Bis zum nächsten Mal. Amen.